An einem ganz normalen Tag hat eine vierköpfige Familie in der Gäste TV gesehen. Adel, Dahl, Oma, Abba. Und dann hat er die Dahl, Ja, ich bin ja TV kann nicht sehen. Und die Mutter meinte, Wie redet ihr miteinander? Und der Vater sagte, Du, das ist heute gerade in der Schule. Erwachsene immer mit blablabla nam, blablabla nennen. Und daraufhin sagte der Vater zur Mutter, Das Wort gibt ja gar nicht. Und die Mutter. Erwiderte. Talmonami, 직접 먹어요. Daraufhin der Vater. Bangwinio. Chaki, Und die Mutter. Kosugnam. Und der Vater bählte. Kosugnam? Dieses Wort gibt ja gar nicht. Und sie meinte, Doch. Kokere Shogi Namja. Aber damit meint man nicht den Kopf hier, Sondern den hängenden Kopf da unten. Also Koreler können sie es auch geben. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020